So, wir sind wieder bei Kernphysik und haben uns eben mit allerlei Zerfallsreihen und so weiter nochmal beschäftigt und kommen jetzt, weil es ja immer um Zerfall geht, auf diese Begriffe, also Halbwertszeit, Aktivität und C14-Methode. Zur Halbwertszeit, da schreibe ich mal zu Anfang eine Formel hin, und zwar n von t ist gleich n0 mal, und jetzt ein Halb in Klammern hoch ein T-Tel, ein großes T, und zwar, man schreibt da t Halbtel. Ich bezeichne mal, was das im Einzelnen bedeutet. Die Anzahl der verbleibenden Atome, oder Nuklide könnte man auch sagen, in Abhängigkeit von der Zeit, das ist die Zeit, ist gleich Ausgangsanzahl, wie viel also zu Anfang da waren, der Atome, und jetzt mal ein Halb, das kann jeder, ein Halb hoch, das kann jeder selber deuten, aber dieses t mit dem Index 1,5 entspricht der sogenannten Halbwertszeit, die ist konstant für jedes bestimmte Element. Was bedeutet das? Wir müssen es wie folgt lesen, wenn ich, ich mache es mit einem Beispiel, wenn ich ein Würfelchen eines zerfallenen, also eines radioaktiven Elements habe, und es vergeht die sogenannte Halbwertszeit, das können Jahre sein, das können manchmal nur Sekunden sein, das können Milliarden Jahre sein, kommen wir da noch drauf, dann habe ich bloß noch eine, die Hälfte des Würfels da, also, wenn das Volumen 0 ist, dann ist das Volumen 1, oder, wenn ich die einzelnen Atome hier drin zähle, dann könnte ich sagen, das ist N0, und das ist dann N. Wenn ich jetzt dieses Würfelchen nehme, das zweite hier, und lasse wieder t, ein Halb vergehen, dann habe ich von dem V1 nur noch die Hälfte, also ein noch kleinerer Würfel. Lasse ich wieder so viel Zeit vergehen, wird wieder nur die Hälfte da sein, und das geht die ganze Zeit so weiter, das diskutieren wir jetzt mal durch, und stellen entsprechende Fragen. Wir machen ein paar Ausdrucksweise, ein paar Beispiele für Halbwertszeiten, bei Stronsum 90 haben wir 20 Jahre, das ist immer noch drastisch, wenn man an radioaktive Endlagerstätten denkt, egal was da auch lagert, es dauert lange, es kommt noch schlimmer, Radium, Madame Curie entdeckte Radium, Polonium, 1600 Jahre und Uran ist extrem, 4,5 Milliarden Jahre, also ein Erdalter, als die Erde entstand vor rund 5 Milliarden Jahren, und da legen wir jetzt nochmal, ja, legen wir nichts drauf, sondern sagen wir, und dann lassen wir mal 500 Millionen Jahre vergehen, nur, mehr nicht, und lassen da mal ein außerirdischen Stück Uran irgendwo hingelegt haben, dann ist jetzt davon die Hälfte da, so drastisch ist das, und deswegen auch die Sorge der Grünen um die Endlagerstätten, und eigentlich die Sorge müsste eigentlich alle Menschen ergreifen, wenn man das weiß hier, dass das so drastisch ist. Es gibt andere Elemente, die haben Halbwertszeiten, die sind lächerlich, das ist ganz wenig. Ein schönes Beispiel, das habe ich in einem Physikbuch entdeckt, ist folgendes, ich nehme mal schnell drei Gefäße, stelle die nebeneinander in Gedanken, und zwar sind das drei Momentaufnahmen, man kann sich folgendes vorstellen, nehmen wir mal an, ich fülle dieses Gefäß mit Bier, dann habe ich zu Anfang hier unten wenig Bier, und hier oben bis hierher Schaum, nach einer gewissen Zeit habe ich schon wieder unten etwas mehr Bier zu sehen, denn der Schaum hat sich schon verkleinert, und wenn ich dann richtig schön lange warte, ist relativ viel Bier drin, und nur noch wenig Schaum, wenn ich jetzt hier mal einfach so eine Hilfslinie anlege und sage, ich gehe mal hier durch, und gehe mal von hier hier durch, dann sieht man, dass die Schaummenge, hier Schaum, immer geringer wird, und zwar von Halbwärtszeitschritt zu Halbwärtszeitschritt wird immer nur noch die Hälfte drin sein, das war ein schönes Beispiel in einem Physikbuch, das fand ich da ganz nett, so kann man sich das auch vorstellen, also der Schaum zerfällt nach einer gewissen Zeit zur Hälfte des Ursprungs-Schaums, und nach dieser Zeit wieder zur Hälfte des Zwischenzeitschaums, so könnte man es auch sagen. Gut, noch kurz drüber diskutieren eventuell. Das Wort Aktivität lässt sich ganz leicht im Zusammenhang mit Kernphysik beschreiben, und zwar die Aktivität drückt aus, das ist die Anzahl der Zerfallserscheinungen, Zerfälle, pro Zeiteinheit, gemessen zu R des großen Becquerel, in Becquerel, also BQ, deswegen habe ich hier einen Strich gemacht, und das entspricht 1 pro Sekunde, das ist also die Sekunde gemeint. 1 Zerfall pro Sekunde, aber jetzt mal eine andere Frage dazu. So, und die Aktivität, die hängt aber auch ab, also Gesundheit, die Aktivität, Aktivität ist abhängig von der Menge, die da ist, von der Menge des zerfallenden Materials. Ganz genau. Gut, kommen wir jetzt noch 14-14 Methode, oder, mal sehen, kleinen Moment. Also, wir werden auf, schönen Feierabend. Tschüss.